Tolle Voraussetzungen beim DAX, was wir aktuell sehen, denn der ist noch tapfer auf dem Weg nach oben, aber vielleicht in den letzten Zügen, ja tatsächlich, das ist etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Ich habe hier nochmal die Box eingezeichnet, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, die schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Ihr erinnert euch, wir haben gesagt, Mensch, hier im Großen, das sieht doch so halbwegs fünffällig nach oben aus. Ja, das sieht klasse aus, aber fünfte Welle eben ist die letzte und danach kommt erstmal eine größere Pause. Warum hat der Kurs nicht jetzt schon hier sein Ende? Ich sage mal so, wir hatten hier einen Rücksetzer, jetzt hier nochmal einen, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar so aussieht, das wäre dann die fünfte der fünften. Also ein bisschen Potenzial nach oben ist noch da, vielleicht sehen wir dann tatsächlich die 3000, nein, die 13, vorsichtig, keine Panik, 13.650 plus minus 50 Punkte. Ungefähr, das wäre so halbwegs diese Box, die ich hier mal angedeutet habe, in der Vergangenheit wird es wohl nichts mehr irgendwie so in der Richtung, müsste das so sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vorläufig hätten wir also noch ein bisschen Restpotenzial, ich muss es so formulieren, Restpotenzial nach oben, also der Schwung könnte noch ein bisschen weiter reichen. Im Moment sind wir beim Index bei 13.500, ein bisschen höher wäre also noch völlig in Ordnung. Allerdings sollte man auch tatsächlich damit rechnen, dass damit so ziemlich der hintere Teil dieser Bewegung zu sehen ist. Also wer jetzt schon long ist, der kann aus meiner Sicht noch long bleiben, zieht einfach den Stop hinterher, zum Beispiel auch dieses Tief hier, von mir aus auch dieses, also dieses Tief hier, das Zwischentief, oder von mir aus auch dieses hier im 5-Minuten-Chart, wer es nicht genau gesehen hat, 13.336 beim Index jetzt hier, nicht der Future, oder bei 13.390 ungefähr beim Index. Das wären so klassische Marken, wo man sagen kann, naja gut, solange er oberhalb bleibt, ist ja erst nochmal alles safe. Eine gewisse Restgefahr besteht, dass wir vorher nochmal ein klein bisschen das ausweiten, denn diese Bewegung ist einigermaßen scharf. Ich mache es mal groß, dann seht ihr das besser. Und 5-Wellig. Wir haben eine scharfe Abwärtsbewegung, danach hier Gegenbewegung, scharfe Abwärtsbewegung, Gegenbewegung und nochmal das. Eigentlich ein 5-Weller. Das wären 3-Weller. Umso sinnvoller ist ein Stop unter dieser Marke für die Long-Freunde unter euch, denn wenn da diese Marke triggert, hätten wir hier ein 3-Weller nach oben und der sowieso zu erwarten, dass es nochmal ein gutes Stück hier weiter nach unten geht, nicht optimal. Insofern, da die Gewinne mitzunehmen für die, die auf der Long-Seite schon sind, scheint mir ganz praktisch. Aber, ich hatte es ja eben angedeutet, es ist denkbar, dass diese Bewegung nach dieser Geschichte dann eben noch in diese Box da oben reinfällt. Sicher weiß ich das nicht, sonst hätte ich ja natürlich nicht gesagt, den Stop hier nachziehen. Damit müsst ihr halt rechnen, wenn ihr sagt, so etwas würde ich gerne überleben, dann solltet ihr den Stop tief genug setzen, sprich unter diese Marke, sprich das, was ihr hier vorne haben, da nochmal ansetzen. Das heißt, dann müsste der Stop unterhalb dieser Marke sein, vielleicht so um die 13.260, irgendwie sowas in Richtung, dass ihr sowas noch miterleben könnt, wenn der Kurs dann nachher dann noch dieses Finale nach oben mitnimmt. Also ihr seht, ich bin eigentlich ganz gut gewogen für die Aufwärtsseite. Ich sehe ganz gutes Potenzial, ob wir nochmal diesen Umweg fahren oder nicht, weiß ich so auch nicht. Wenn ich eine Idee wäre, wenn er hier durchgeht, durch die genannte Marke, ungefähr 13.400, ganz grob ein bisschen drunter war es, dann sehen wir auch nochmal, wahrscheinlich nochmal weitere 100 Punkte nach unten, bevor es dann eben nochmal nach oben geht. Damit muss man einfach rechnen. Wenn wir Glück haben, spart er uns das oder er spart uns der Markt das und der Markt geht direkt nach oben, wäre ja auch kein Nachteil. Fände ich ebenfalls hübsch, gibt es also nichts zu maulen. Aufwärtsrichtung, also vorläufig noch nicht so schlecht. Was kommt denn danach, nach dieser Richtung? Ich will jetzt nicht so sehr in diesen Nachmittagsvideos das große Bild jetzt antickern, aber wenn ihr hier so mal in etwa erwartet, dass das der Anstieg war, dann wäre ein klassischer Rücksetzer anschließend in diesem Bereich, das ist so ungefähr 13.200, sagen wir mal bis 13.850, sage ich jetzt mal so in der Richtung. Das wäre etwas als eine klassische Zielmarke für die Bewegung, aber das werden wir uns dann sicherlich die nächsten Tage angucken. Im Moment würde ich da noch nicht 100% drauf zielen. Ich glaube, vorher wäre der Restanstieg noch sinnvoll. Wie sieht es in Amerika aus, Dow Jones? Ja, ebenfalls ganz gut gelaunt. Wir sehen, dass die Abwärtsseite hier, man sieht das hier in diesem Chartabschnitt oder auch hier mit den Gegenbewegungen, die ja alle überschneidend sind, das sieht ganz schön korrektiv aus. Also ich bin nach wie vor eher auf der bullischen Seite und das ist in doppelter Sicht interessant, denn das würde bedeuten, dass wir ja diese Hochs noch mal rausnehmen und uns damit immer mehr aus diesen Widerstandsdingen hier befreien. Naja, befreien ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mal ein bisschen nach oben die Luft freischaufeln. Das heißt, dass wir eigentlich eher in dieser Richtung unterwegs sind. Ich sehe also ganz gute Chancen für die bullische Seite. Ist das jetzt gesichert? Nein, gesichert ist das nicht. Eine doofe Nachmittag im Handel und der ganze Markt bricht vielleicht in sich zusammen. Solange der Markt allerdings auf irgendwelche Nachrichten wackelig reagiert, ist alles safe. Nur wenn der Markt jetzt eine steile Bewegung macht, wäre es nicht in Ordnung. Im Moment sind wir allerdings auch relativ wackelig nach oben, deshalb vielleicht geht es noch mal einmal tiefer und anschließend erst nach oben. Wundern würde mich das nicht. Also dafür wäre dann das noch mal ein Trigger, allerdings nicht wirklich für die Short-Seite, denn die Ziele sind da mir zu klein. Also zusammengefasst kann man sagen, eigentlich ist es immer noch die bullische Seite. Ob da jetzt noch ein bisschen Rücksetzer kommt oder nicht, ist erstmal nicht kritisch. Aus meiner Sicht zumindest mal nicht, denn die Abwärtsseite ist deutlich schwächer, deutlich weniger impulsiv. Trotzdem müssen wir so langsam aber sicher damit rechnen, dass mal so ein Rücksetzer käme. Das ist auch bei vielen, vielen Einzelaktien. Viele von euch beobachten das ja bei Born for Trading, sehen dort hier viele, viele Kurse, die ich da angucke. Und da gibt es wahnsinnig viele Titel, die eigentlich danach lächzen, jetzt mal eine kleine Korrektur zu sehen. Und das wäre im Prinzip der Punkt, wo man sagt, ja dann lass den armen Kerl doch mal so ein bisschen runterkommen. Anschließend kann es ja dann weitergehen. Das wäre eigentlich optimal. Also lieb wäre es mir. Hier haben wir so eine gewisse Chance, aber ich muss sagen, mit dieser Vorgeschichte ist das nicht mein präferiertes Bild. Ich bin vorläufig eher noch auf der Long-Seite verhaftet und im Größeren ebenfalls. Also ihr seht auch hier der S&P 500, ihr seht, ist relativ stark nach oben und ihr seht auch hier starke Seite, schwache Seite. Solange solche Sachen zu sehen sind, ist das alles noch gut. Er fängt aber schon ein bisschen an mit den Kürzüberschneidungen hier. Das ist so ein bisschen so ein Ermüdungsteil. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht. Nochmal, einmal nochmal tiefer und anschließend erst nach oben. Wenn ich mir das so angucke, wäre mir das fast lieber. Und nicht aus Boshaftigkeit, sondern es ist ja nach wie vor korrektiv. Auch das, wenn er hier nochmal runter käme, merkt euch mal, die 40, 70 ungefähr, das wäre immer noch korrektiv und hätte ja nachher beste Chancen für weiter nach oben. Also im ganz kurzen, ja, so ein bisschen Rücksetz damit einkalkulieren solltet ihr. Handeln, wenn ihr eine starke Bewegung habt, gefolgt von wackeligen Bewegungen. Ja, so wie immer halt. Ja, also das wäre so das Ding. Insgesamt allerdings eher die Aufwärtsrichtung, die da zählt. Offensichtlich ist der Tech-Markt dort besonders stark. Ihr seht, dass der neues Hoch wieder ausgebaut hat. Ihr seht allerdings auch, dass wir, anders als hier vorne noch, da war noch Abstand zwischen den Rücksetzern. Hier haben wir viele Rücksetzer. Die sind alle überschneidend. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Luft geht raus. Also ich sage mal so, ich wünsche mir mal was, der soll mal ein bisschen tiefer gehen. Nicht aus Boshaftigkeit für all die, die jetzt bullisch eingestellt sind, sondern damit wir wieder etwas Entspannung haben und anschließend sehr gerne wieder auf die Longseite wechseln kann. Im Moment sehe ich diese Abwärtsseite noch nicht, aber ich sehe, dass die Chancen dafür größer werden, weil die Aufwärtsbewegung einfach deutlich weniger Schwung hat. Seid also davor gefasst, also blindlings jetzt auf die Longseite wechseln, finde ich nicht so gut. Ich würde diesen Rücksetzer auf jeden Fall bevorzugen, um danach erst einzusteigen. Vielleicht tut ihr es ähnlich und wartet auf so einen kleinen Rücksetzer. Und wenn ihr ganz intraday unterwegs seid, dann wartet halt auf kleine Rücksetzer hier im 5-Minuten-Chart, um dann entsprechend nochmal die Longseite ein bisschen mitzufeiern, solange die Bewegung entsprechend noch läuft. Ja, ist ein bisschen doof von der Analyse, wenig konkret. Naja, aber was soll man sagen? Der Markt muss es halt tun. Aufwärts ist also eigentlich immer noch die gute Richtung. Inzwischen Rücksetzer täte gut, um uns günstigere Einstiege dann eben nochmal zu ermöglichen. Das ist etwas, worauf ich da vielleicht nochmal bewusst Wert legen würde. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.